Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr Konsumentinnen kaufen ihre Kosmetikartikel dort, wo sie auch Frischprodukte und andere Lebensmittel posten. Bei GOP. Und das mit gutem Grund. GOP ist besser, wegen umfassender Sortiment in allen Bereichen, mit vielen Neuheiten und grossen Weltmarken. Das Angebot wird laufend ausgebaut, und zwar für Gesichtspflege, Koloration und Dekorativkosmetik. GOP ist günstiger, dank dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis im Spezialbereich und bei den Basisprodukten. Nivea Visage für die tägliche Gesichtspflege und ihre Haut bleibt schön. Neben der Fachberatung am Verkaufspunkt gibt es jetzt gratis Minisizes, Sachets, Broschüren und eine ganze Reihe von Produkten zum Aktionspreis. GOP ist farbiger, weil L'Oréal, die weltweit Nummer 1 in den Kolorationen bei uns, einen weiteren Schwerpunkt bildet. Mit Belle-Color können sie dauerhaft ihre Haarfarbe verändern oder graues Haar bis zu 100% abdecken. Das Ergebnis sieht ganz natürlich aus, sanft und leuchtend. So natürlich, wie wenn es ihre Naturhaarfarbe wäre. GOP ist schöner, darum finden sie bei uns auch das Neuesten aus der Dekorativkosmetik. Wie in New York ist auch bei uns eine weitere Nummer 1, Maybelline, die beliebteste Marke. Make a woman's life easier. Herbstneuheiten von Jumet, Maybelline, sind full-and-soft Mascara für volle, dichte und spürbar geschmeidigere Wimperen. Express Make-up, 3 in einem Stick in neue Herbstnuancen. Und Animation Wildlife, vom städtischen Dschungel inspirierte Emotionen. Ebenfalls in unserem Schönheitsrayon erhältlich ist jetzt die neue Make-up-Generation von L'Oréal Paris. Translucide, das natürlich strahlende Make-up für alle Frauen. Und Longitude für sichtbar längere Wimperen in zwei Nuancen. Mit herbstlichen Nuancen geht es jetzt gleich weiter mit dem Rezept von Armin Amrein. Richtig, und zwar mit einem schönen Brasato Alvarolo. Grüezi miteinander. Ein Brasato muss man mindestens 24 Stunden im Voraus einlegen. Darum habe ich den Rindsbrot schon gestern in einer Beize aus Rotwein, Lorbeer, Pfefferkörner, Rüeblei, Zwiebeln und Knoblauch angesetzt. Jetzt das Fleisch abtupfen, mit Pfeffer würzen und im Ätnosöl rundum kräftig anbroten. Dann rausnehmen und frische Rüeblei, Stangensellerie und Zwiebeln im Fond adämpfen. Mit der Beize und dem eingeleiteten Gemüse ablöschen, eine Zimtstange, Oregano und Tomatenpüre dazugeben. Erst die Salze, dann den Brot dazugedeckt, sanft schmoren und ab und zu drehen. Noch ca. 2 Stunden rausnehmen und rangieren. Einen Soßenwürfel verdrücken, mit der Soße aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmücken. Dann das Fleisch zurück in die Soße legen und den Rind gut durchwärmen lassen. Zu diesem Brasetto Albarolo passt natürlich ein Polente. Man kann ihn auch sehr gut nochmal auffärmen oder auch kalt aufschneiden. Wie immer steht auch das Gericht in der Coop-Zeitung. Danke Armin. Jetzt geht es weiter mit dem Superspiel. Die Woche unterstützt von den folgenden Sponsoren. Swissmehl-Körnerbrotmischung für knuspriges Körnerbrot. Möve Big Café Mocca Swiss Premium Ice Cream. Coral Black Velvet Feinwäschmittel für dunkle Wäsche. Und WC-Ente Deoblock Azur in der Original- und Nachfüllpackung. Das Gewinnen gibt es drei Städtereisen für je zwei Personen nach London. Offeriert von Helvetik-Tours. Und auch das mal 100 Mal 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Auch bei den Aktionen lohnt sich das Mitmachen. Denn da gibt es für jede Woche nur Gewinnerinnen und Gewinner. Ein Kilo Uva Italia aus der Region Apulien kostet 2,10 Euro. Mit der Supercard kommen sie atlantischen Rauchlachs geschnitten zum halben Preis über. Und beim Kauf von 2 kg Kipp Sunlight Pulver gibt es 330 Superpunkte für Superprämien. Denn Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Superpunkte sammeln lohnt sich auch in Ihrer Importparfümerie. 1'000 Superpunkte gibt es für Avese Jouvenance. Creme Hydratante Antiride. Zum Preis von 32,90 Euro. Das war es für heute aus dem GOP Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. Heute in einer Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020